Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer! Willkommen in unserer heutigen Sendung Kauf, Kauf, Kauf! Die Sendung, die genau weiß, wo sich ihr Geldbeutel befindet. Liebe Zuschauer, haben Sie nicht schon irgendwann mal am Lenkrad das Gefühl gehabt, dass ihr Wortschatz ihrer Wut nicht gerecht wird und dass ihr Vokabular im Schimpereich sehr begrenzt ist und sich im Kreise dreht? Und dann haben Sie noch dazu gemerkt, in diesem Moment, wie viel Energie es Sie kostet, um dem Autofahrer vor Ihnen deutlich zu zeigen, wie blöd er ist. Hm? Meine Damen und Herren, mit Assi 2000 ist diese Zeit endgültig vorbei. Mit nur einem Klick auf das ergonomische und diskrete Gerät haben Sie die Möglichkeit, alle unfähigen Fahrer facettenreich zu beschimpfen, ohne auch nur ihr Mund zu bewegen. Sie werden innerhalb weniger Sekunden eine Erleuchtung im Schimpfbereich erleben. Zu den technischen Details des Assi 2000. Das Gerät ist einfach ein technologisches Wunder und das Einzige, was Sie tun müssen, ist, das kleine Biest zu aktivieren und schon legt es los. Du verdammtes Arschtoch! Mein Partner, du Renner, schieb dich hier! Aber Sie haben das Beste noch nicht gesehen, beziehungsweise noch nicht gehört. Das Assi 2000 besitzt sogar fünf Stimmungsgrade. Von eins, leicht genervt, bis fünf. Komplett angepisst! Oh, geht's noch langsamer? Langsamer geht's ja gar nicht. Ich schieb dich ja schneller. Oh, rechts vor links, du Vollidiot! Was ist denn dein Führer? Oh mein Gott, hast du schon mal was von der rechten Spur gehört? Du fährst genauso scheiße, wie du aussiehst! Du verdammtes Arschtoch! Mein Partner, du Penner! Schieb dich hier raus, du Vollidiot! Oh, wie nett! Du Vollidiot! Wie nett! Und auch ausdrucksvoll! Ich liebe das Gerät! Ich hab sogar zwei Stück geholt. Eins für meinen Freund, eins für mich. Seitdem sind wir lieb wie zwei Lämpchen zueinander. Wie Sie sehen, ist das Gerät der Schimpfengel für jede Verkehrssituation. Ob Sie nur schlecht gelaunt sind oder bereit sind, den nächsten Fahrer mündlich umzubringen, ist das Gerät für Sie da, meine Damen und Herren. Und warten Sie, ob Sie aus der Pfalz, Hamburg oder Bayern kommen, können Sie das Gerät auf Ihren individuellen Dialekt anpassen. Langer schieb deine scheiß Karre weg, du blöder Pisskopf, du Arschgelechse... Ja, du Sau-Debber, der Hornung ist da vorne erschüttert! Oh, ist die böse! Wart mit dir! Alter, was machst du mit den scheiß Karren? Ja! Und warten Sie mal ab! Das Gerät bietet zusätzlich die Multikulti-Funktion, falls Sie irgendwo im Ausland sind. Oh, Mann, when did you pass your fucking driver's license? Get the fuck off my street! Ah, Chico, was ist das Gerät? Oh, wie süß! Wie süß, oder? Aber vergleiche mich aus der Straße, die Schaufahrer! Ich bin der Passi, wo hast du mit dir geholfen? Die Franzosen sind die Schamannen! So, aber wir wollen Gentleman sein! Also das Assi 2000 gibt's natürlich in der weibischen Variante für Sie, meine Damen, von 1 bis 5. 1 in Eile. Komm, ich hab's eilig ein bisschen schneller da vorne jetzt. 2. Bitte, komm jetzt ein bisschen schneller, wir stehen hier schon fast. 3. Vorfahrt, Vorfahrt, mein Freund, hast du schon mal jemals davon irgendwas gehört? 4. Scheiß, Fahrradfahrer, jetzt zuckel nicht hier auf der ganzen Straße. Und du nimmst mir die ganze Spur, ich kann dich nicht mal überholen, du Penner. Und 5 komplett Hysterow. Du blöde Tussi! Oh, das hat mir getan! Ist das nicht sensationell, meine Damen? Wie Sie sehen, mit nur einem Klick können Sie einen 120 Kilo schweren LKW-Fahrer wie einen dummen Schuljunge aussehen lassen. Ist das nicht der pure Wahnsinn, meine Damen und Herren? Also das Gerät wird mit 18 Batterien geliefert und für nur, ich hab's gesagt, nur, nur 79,99 Euro, kriegen Sie noch dazu einen Aggressivitätsempfänger. Hahaha, was ist das? Ja, dass das Gerät automatisch startet. Hahaha, meine Damen und Herren, glauben Sie mir, das Assi 2000 ist die Crème de la Crème der sozialen Geräte. Und wenn Sie jetzt, bevor 12 Uhr heute Abend, 5 Stück bestellen, bekommen Sie jetzt von mir als Geschenk, ich wiederhole, als Geschenk, denn 300 Watt Lautsprecher mit 500 Meter Reichweite, damit können Sie zum Beispiel im Stau 20 Autofahrer gleichzeitig beschimpfen. Hahaha, was sag ich beschimpfen? Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, mit dem Assi 2000 beschimpfen Sie absolut konkurrenzlos und auf höchstem Niveau bestellen Sie jetzt!